Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem Video, das nochmal ganz deutlich machen soll, wo eigentlich der Unterschied zwischen Containern und virtuellen Maschinen liegt. Das war ein Request von euch und ich möchte das hier in diesem Video ein bisschen beantworten. Wir haben ja letztes Mal schon uns mit virtuellen Maschinen beschäftigt. Hier trotzdem nochmal kurz ein Reminder, was genau eigentlich eine virtuelle Maschine ist. Und ich möchte auch noch vielleicht ein paar Vorteile und Nachteile jeweils aufzählen, damit man vielleicht auch den Anwendungsfall, also was benutze ich wo, das heißt Container versus virtuelle Maschine, was sollte ich eher benutzen, für euch auch ein bisschen klarer werden kann. Okay, also zunächst einmal eine virtuelle Maschine wird so gebaut. Ich kann nicht sagen, das ist eine virtuelle Maschine, aber ich kann sagen, so wird sie gebaut. Und zwar Hardware ist das Erste, was wir brauchen. Das heißt, wir haben einen Server oder einen PC. Das Ding, was bei euch wirklich unterm Schreibtisch steht. Die Hardware mit einem Prozessor oder mehreren Prozessoren gibt es ja auch, mit einem gewissen Speicher, RAM-Speicher und so weiter und so fort. All diese Hardware wird zur Verfügung gestellt. So, da läuft das Zeug drauf. Jetzt läuft hier entweder direkt auf der Hardware ein Host-Betriebssystem, also sowas wie ihr habt ein Windows auf eurem PC installiert als richtiges Betriebssystem. Oder aber ihr installiert direkt den Hypervisor. Das geht auch und macht man gelegentlich bei Servern natürlich. Wenn man zum Beispiel sich einen Server mietet, dann möchte man zum Beispiel einen richtigen, einen Hypervisor, der nicht noch vorher ein Host-Betriebssystem hat. Es gibt aber auch Hypervisoren, ist das der Plural, die auf dem Host-Betriebssystem laufen. Das heißt sowas wie ihr habt ein Windows installiert und installiert dann darauf zum Beispiel einen Virtual Box. Und das haben wir euch hier auf dem Kanal auch schon gemacht. Könnt ihr euch einfach mal in der Linux-Playlist angucken. Wir installieren uns dort ja Kali Linux in einer virtuellen Maschine, sodass wir ein Betriebssystem im Betriebssystem haben können. Wenn ihr den Hypervisor direkt auf der Hardware installiert, habt ihr technisch gesehen kein Betriebssystem im Betriebssystem, weil euer Host-Betriebssystem existiert nicht. So, dann haben wir diesen Hypervisor und mit dem können wir mehrere, also zum Beispiel Virtual Box, mit dem können wir mehrere virtuelle Maschinen erstellen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine virtuelle Maschine, Kali Linux drauf und da läuft dann halt irgendwas drin. Ja, wir lassen dort zum Beispiel irgendwelche Skripte laufen, wir machen dort unsere Pentests drin. Gleichzeitig kann ich allerdings noch eine zweite virtuelle Maschine laufen lassen und dort zum Beispiel ein Windows drauf haben. Ja, die beiden Betriebssysteme hier müssen nicht dieselben sein. Ich kann hier ein Kali Linux haben, hier ein Windows, um, keine Ahnung, irgendwas zu machen, irgendwelche Tests zum Beispiel von meiner Entwicklung und zu gucken, ob das auch auf Windows 11 läuft und auf Linux und auf Mac. Und ich kann ein drittes Betriebssystem haben, was zum Beispiel ein CentOS ist. Ich kann so viele haben, wie ich möchte. Drei ist hier nur einfach das, was platztechnisch am meisten Sinn gemacht hat für mich. Ich kann natürlich jedes Mal auch nicht nur eine Anwendung laufen lassen, sondern beliebig viele, wie ich das halt in einem richtigen Betriebssystem auch kann. So, das hat jetzt natürlich einiges an Vorteilen, um das mal vielleicht auf den Punkt zu bringen. Es ist deutlich effizienter, wenn man auf einem Hostsystem mehrere Systeme emuliert, anstatt eben zum Beispiel einfach dieselbe Anzahl von Systemen auf jeweils extra Hardware laufen zu lassen. Das heißt, ich bräuchte jetzt für dieses System mit drei virtuellen Maschinen, bräuchte ich dreimal Hardware. Die Hardware darf dann natürlich schwächer sein, weil ich natürlich jeweils nur ein Drittel davon brauche. Aber es ist insgesamt trotzdem günstiger, einmal starke Hardware zu nehmen und das dann jeweils auf die Betriebssysteme zu verteilen. Weil es einfach natürlich auch von der Beschaffung, von der Herstellung, von den Stromkosten, von der Verwaltung her einfach deutlich günstiger auch am Ende ist, wenn ich nur einen Rechner habe. Dann ist es zusätzlich noch leichter zu verwalten, das Ganze. Das heißt, vor allem diese Anwendungen hier sind häufig, nicht immer, aber häufig leichter zu verwalten, wenn sie sich eben in getrennten Gastsystemen befinden. Und sowas wie, ja, hier läuft eine Datenbank, dann läuft hier nochmal irgendein E-Mail-Server und dann läuft hier nochmal irgendwas anderes. Das macht schon Sinn, das aufzuteilen. Denn dann kann ich zum Beispiel einfach mal meinen, ja, keine Ahnung, meinen E-Mail-Server neu starten, ohne die Datenbank neu zu starten, weil die Datenbank halt noch gebraucht wird und währenddessen von einer anderen Anwendung auch angesprochen wird. Wenn ich ansonsten alles in einem System drin habe, dann muss ich halt mein ganzes System neu starten und ja, dann fällt halt die Datenbank auch aus. Sprich, alle Systeme fallen auf einmal aus. Das wollen wir häufig einfach nicht. Dann haben wir natürlich, wie ich schon kurz angemerkt habe, hier diese Flexibilität. Wir können auf jedem einzelnen Betriebssystem, auf jeder einzelnen virtuellen Maschine ein extra Betriebssystem installieren. Das heißt, hier einmal Kali-Linux, hier einmal Debian, hier einmal CentOS und dann haben wir nochmal Windows und dann haben wir nochmal 50 andere Sachen, ja. Das heißt, wir sind hier flexibel und können zum Beispiel auch gerade als Entwickler Sachen hin und her testen, ob die da auch drauf laufen. Oder manche Sachen brauchen einfach ein bestimmtes Betriebssystem und ja, da haben wir auch die Möglichkeit dann dazu. Nachteil ist allerdings deutlich natürlich, wir brauchen für jede virtuelle Maschine ein vollständiges Betriebssystem, sprich, das frisst Leistung. Ja, ihr kennt das ganze Prinzip, Windows läuft auf alten Maschinen nicht mehr. Ja, wenn ich drei Windows auf einer neuen Maschine laufen lasse, dann frisst das halt auch ziemlich viel Ressourcen. Und das mag dann vielleicht nicht unbedingt so angenehm sein. Und ich muss natürlich diese ganze Sache auch simulieren. Ja, diese Simulation, das frisst auch schon ziemlich viel, naja, vor allem RAM, aber auch ein bisschen Prozessorlast und so weiter und so fort. Das heißt, ja, es kann durchaus sein, dass die sich gegenseitig auch ein bisschen blockieren. Denn es kann durchaus sein, dass das eben Performance insgesamt auch beeinträchtigt, weil wir hier eben insgesamt mehr laufen lassen, als wenn wir einfach nur diese drei Anwendungen auf unserem HostOS starten. Das heißt, virtuelle Maschinen, ja, Leistung brauchen wir durchaus. Und es ist leichter, das Ganze zu verwalten vielleicht. Vielleicht, aber vielleicht haben wir ja was, was ein bisschen besser dazu ist. Und das sind eventuell Container. Container, ihr habt gerade den Übergang gesehen, haben eine Sache nicht, beziehungsweise mehrere Sachen sind ein bisschen anders. Zunächst einmal, wir haben natürlich auch hier wieder einen Server und der hat diesmal auf jeden Fall ein Betriebssystem. Das ist die erste Änderung, die wir haben. Wir können eine Container Engine nicht direkt auf der Hardware laufen lassen, das geht einfach nicht, sondern wir brauchen ein Betriebssystem. Wir brauchen dieses Host-Betriebssystem. Zum Beispiel kann das ein Linux sein, ja, sagen wir einfach mal ein Debian. Und ich kann hier dann drauf meinen Container installieren, alles wunderbar. Container Engine zum Beispiel eben Docker mal hier genannt. Und damit dann verschiedene Container starten. Und das heißt, ich kann hier die Anwendung einfach als Container starten. Hier die Anwendung als Container starten. Sprich, wir haben diese drei Anwendungen und die laufen über diese Container Engine. Wichtig allerdings jetzt hierbei zu sehen ist, dass hier keinerlei Betriebssystem mehr dazwischen gestalten ist. Wir haben kein Gastbetriebssystem mehr, sondern wir haben immer nur diese Container Engine, die direkt die Anwendung startet, sozusagen. Das heißt, im Endeffekt teilt sich jeder Container den Kernel des Host-Betriebssystems, ja. Das heißt, wenn wir hier eine Anwendung starten, dann nutzen wir alle dasselbe Host-Betriebssystem, beziehungsweise den Kernel davon, ja. Und die Container Engine stellt sozusagen die Abstraktion dazu her. Und dadurch teilen wir uns im Endeffekt auch dieselben Dateien, also intern natürlich. Das heißt, wenn hier im Host-System irgendwelche Dateien liegen, dann kann ich die meiner Anwendung mitgeben und brauche nicht irgendwie speziell das hin und her zu kopieren. So, und das hat jetzt natürlich den riesigen Vorteil, dass Container insgesamt sehr, sehr klein sind. Ja, sie sind meistens nur ein paar Megabyte groß, vielleicht ganz selten mal ein paar Gigabyte, aber in den meisten Fällen sind wir im Megabyte-Bereich. Und deswegen kann ich die Dinge auch in Sekunden starten, beziehungsweise neu starten. Virtuelle Maschinen müssen booten, ja. Das heißt, die brauchen halt so lange, wie ein normales System zum Starten von genau diesem System bei dieser Leistung halt braucht. Und sind nicht Megabyte groß, sondern halt Gigabyte groß, so wie halt ein richtiges Betriebssystem. So, aber kommen wir doch einfach mal direkt zu den Vor- und Nachteilen, das habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Und zwar, dadurch, dass natürlich hier dieses Gastbetriebssystem wegfällt, habe ich insgesamt eine größere Effizienz. Ja, das heißt, ich kann im Endeffekt das einfach weg abstrahieren und dadurch habe ich auch mehr Performance. Das heißt, die Dinger laufen schneller und dadurch habe ich insgesamt weniger Kosten, weil ich weniger Ressourcen brauche. Sprich, ich muss nicht den leistungsstärksten Server haben, sondern ich kann mir auch einfach einen kleineren, günstigeren Server nehmen, wenn ich eben nur einen Container baue und nicht alles in extra virtuelle Maschinen baue. Das ist natürlich so das größte Ding, warum man das eigentlich macht. Der weitere Vorteil ist im Endeffekt diese sogenannte Portabilität, ja, um einmal das Fachwort hier in den Raum zu werfen. Ja, das heißt, wenn ich eine Anwendung habe, also nehmen wir einfach mal an, ich habe eine Datenbank und ich containerize die. Ja, das heißt, ich mache einen Container draus, der eben zum Beispiel für Docker verwendet werden kann. Ich nehme hier Docker immer als Beispiel, weil es quasi die Container Engine schlechthin ist und weil wir ja quasi auch entweder schon angefangen haben oder noch gleich anfangen werden mit einer Docker-Reihe bei mir auf dem Kanal. Ja, das heißt, hier quasi Docker als Synonym benutzt, aber es ist technisch gesehen auch möglich, dass es andere Container Engines gibt. Die meisten nutzen aber irgendwie Docker. So, und wenn ich jetzt hier das Ganze in einen Container packe, dann habe ich natürlich einen Container mit dieser Anwendung drin. So, das Tolle ist jetzt, Docker läuft auf jedem System und Docker sieht immer gleich aus. Das heißt, ich habe eine Art immer gleiche Laufzeit, ja, das heißt, wir haben nicht mehr das Problem, ey, auf meinem System läuft's, wie sieht's bei dir aus? Öh, nee, bei mir geht's nicht. Das, das fällt dadurch einfach komplett weg. Und dementsprechend habe ich, wenn ich meine Anwendung containerize, eigentlich auch eine Portabilität im Sinne von, ich kann das Ding auf Windows, Linux, Mac überall laufen lassen, weil es halt eigentlich auf Docker läuft. Und Docker, die ganze Abstraktion macht, dass eben alles gleich aussieht. So, Container haben allerdings auch Nachteile, die man gelegentlich auch mal vergisst und das ist vor allem erstmal die Persistenz von Daten. Das heißt, wenn, also ein Container bei Design sieht das ganze Ding vor, dass wenn wir den Container beenden, also wenn wir den quasi herunterfahren oder einfach stoppen, dass dann alle Daten erstmal weg sind, ja, damit das immer gleich sein soll, ja. Wir wollen ja nicht irgendwas verändern können zur Laufzeit, wir wollen nichts ändern können. Das soll immer gleich aussehen. Sprich, Daten werden jedes Mal resettet. Und dementsprechend müssen wir uns irgendwas anderes überlegen mit der Datenpersistenz, weil ich meine, wenn man eine Datenbank neu startet und man hat plötzlich keine Daten mehr, dann ist das ein bisschen unpraktisch. Dementsprechend sagt man normalerweise, wir wollen eigentlich Daten zum Beispiel im Host-System irgendwo zwischenlagern. Wir wollen da sozusagen diese Daten drin haben. Und der Container liest dann von diesen Daten wieder ein, was er braucht. Und das ist ein bisschen umständlich und nicht so angenehm, einfach wie bei einem richtigen Betriebssystem, sprich wie bei einer virtuellen Maschine, die sich natürlich auch Daten einfach merken kann. Ein weiteres Problem ist, dass natürlich auch nur die Anwendungen wirklich davon profitieren können, die als Microservices designt sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine fette Anwendung habe und das einfach nur als eine Anwendung habe, sprich wir haben diese beiden hier unten zum Beispiel einfach nicht, wir haben unsere komplette Web-Architektur in einem Container drin, dann habe ich erstmal Riesenprobleme, den zum Laufen zu kriegen, weil es einfach ein Riesending ist. Und als zweites kann ich es mir auch einfach sparen, weil ich dann natürlich nur ein System habe. So, das heißt, nicht jede Anwendung profitiert davon. Das gilt aber natürlich dann auch für virtuelle Maschinen gleichermaßen. Und zu guter Letzt, Security-technisch sind Container leider nicht ganz so toll, wie wir das bei einer VM haben. Eine VM abstrahiert den Kernel weg. Das heißt, wir haben ein Gastbetriebssystem. Ich mache jetzt hier nochmal ganz kurz die nächste Slide auf, um hier auch wirklich den Unterschied zu zeigen. Bei einer virtuellen Maschine, das ist das Ding hier unten, haben wir ein extra Betriebssystem. Bei Containern nutzt jede Anwendung denselben Kernel. Das heißt, wenn der Linux-Kernel irgendwie Probleme hat und die Container-Engine erlaubt mir den Zugriff von der Anwendung da drauf und eine Anwendung wird kompromittiert, dann habe ich normalerweise den ganzen Prozess hier kompromittiert. Und deswegen sind die von der Security nicht ganz so toll. Während wenn hier die Anwendung kompromittiert wird, dann ist normalerweise nur ein System betroffen und alle anderen eher nicht. Außer ich habe eine Schwachstelle hier drin und ich habe eine Schwachstelle im Hypervisor und dann kann ich darüber auch noch in den Host-Container springen. Das ist dann doch nochmal ein Stückchen härter, als das bei Containern ist. So, trotzdem, wollen wir mal ganz kurz zu unserem Fazit kommen. Was sollte man wann verwenden eigentlich? Gerade bei sowas wie Cloud-Native-Anwendungen, das heißt, wenn wir für Cloud entwickeln, arbeitet man eigentlich immer mit Containern. Wenn wir mit DevOps arbeiten, arbeiten wir eigentlich fast immer mit Containern, damit ich eben dieses Problem, es läuft auf meinem System, dass das eben wegabstrahiert ist. Gerade dieses, die Daten verschwinden immer, wenn ich das neu starte, das ist genau der Punkt, warum Container eigentlich so toll sind. Weil ich dadurch immer genau denselben Anfangszustand habe und weiß, wenn es bei mir läuft, dann läuft es auch normalerweise. Wenn nichts ganz komisch ist, dann läuft es normalerweise auch in Production. Dadurch kann ich unabhängigere Tests machen und kann eigentlich auch besser und schneller, auch automatisierter auch deployen. Das heißt, vor allem bei Microservice-Architekturen ist Container eigentlich so ziemlich das, was ihr haben wollt. Und bei DevOps eigentlich macht ihr genau das. Wenn ich allerdings zum Beispiel riskante Sachen wegabstrahieren möchte, dann nehme ich normalerweise, also gerade security-technisch, nehme ich dann normalerweise eine virtuelle Maschine. Wenn ich zum Beispiel ein oder verschiedene Betriebssysteme testen möchte, beziehungsweise meine Anwendung unter verschiedenen Betriebssystemen testen möchte, dann nutze ich normalerweise auch virtuelle Maschinen. Und wenn ich zum Beispiel Legacy-Systeme betreiben möchte oder muss, dann möchte ich natürlich auch eher eine virtuelle Maschine verwenden. Aber, und das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, es heißt ja nicht, dass ich nicht in virtuellen Systemen, in virtuellen Maschinen Container nicht benutzen kann. Was also häufig in der Praxis passiert, ist Folgendes. Wir haben eine Hardware, wir haben einen, und ich glaube, das zeige ich euch nochmal in einem separaten, wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, beides miteinander zu kombinieren. Das sieht dann ungefähr so aus. Und hier sagen wir, okay, wir haben virtuelle Maschinen. Wir haben zum Beispiel mehrere Gastbetriebssysteme. Auf jeden dieser Gastsysteme läuft infrastrukturell gesehen was anderes drauf. Aber alles läuft über Container. Also hier jetzt aus Platzgründen auf dem zweiten Container, auf der zweiten VM nichts drauf, aber ihr versteht, was ich meine. Wir haben zum Beispiel ein Linux-System, einen Server, der für eine bestimmte Sache zuständig ist. Dort drauf packen wir dann Container, also zum Beispiel Docker, und die machen dann eine Anwendung fertig. Und dann haben wir ein zweites Betriebssystem, eine zweite virtuelle Maschine, und auf der wiederum läuft auch ein Container. Und dort kann ich dann auch was drauf machen. So, das heißt, ich habe im Endeffekt mehrere virtuelle Maschinen, die natürlich gewisse Leistung auch fressen. Aber insgesamt habe ich weniger virtuelle Maschinen, weil ich hier nicht sage, ey, ich brauche jetzt, wenn wir für jedes drei Container nehmen, was übrigens wenig ist, wir brauchen nicht irgendwie neun virtuelle Maschinen, sondern wir brauchen drei virtuelle Maschinen und haben jeweils dann einen Container, zum Beispiel Docker eben dann mit drei Containern, die dann laufen in unserer virtuellen Maschine drin. So, das heißt, das ist eigentlich eher so das, was ihr in der Praxis dann auch findet. Und ja, grundsätzlich braucht man beide Technologien, weil beide einfach ihre Daseinsberechtigung haben. Häufig wird allerdings hier der Hypervisor tatsächlich dann direkt auf die Hardware gepackt. Aber das geht beides. Ja, ihr könnt beides wunderbar machen. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich das, worauf ich hinaus möchte. Ihr werdet beides wahrscheinlich brauchen. Ihr werdet in beidem arbeiten. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir das gerne wieder in die Kommentare. Wenn ihr euch noch weitere Themen hier wünscht, dann meldet euch. Und ja, wir hören uns hier beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.